Hallihallöchen, das sind wir wieder, yey! Oh yeah! Zu Besuch beim Abschaum der Menschheit! Zack! Hehehehe! Spider, Splicer, Organik können das... ...können wie Verbandskästen... ...eiss... ...hier! Ahhhh... Ahhhh... Nea, geil. Egal. So, Schmugglerware untersuchen. Dann hacken wir mal den Save. Dann hacken wir mal. So. Okay. Zack, Foto. Ich mag das mit den Fotos. Zack, Action-Foto, oder? Die schießt gleich. Das ist der andere. So. Da unten waren wir schon. Dann gehen wir mal auf die andere Seite. Da fliegt die Kugel sogar noch. Der Kugler ist der Kugler. Du bist noch ein Baby. Babys sterben nicht. In Ruhr rein. Todesstrafe in Rapture. Der Rad ist in Aufruhr. Man befürchtet, dass es zu Ausschreitungen in der Stadt kommt. In solchen Zeiten braucht es eine harte Hand. Den Schmugglern muss das Handwerk gelegt werden. Jeglicher Kontakt zur Oberfläche bringt Rapture ein Stück näher an die Parasiten, vor denen wir einst geflohen sind. Ein paar Hälse in der Schlinge sind ein angemessener Preis für unsere Ideale. Die Spiderspfeifen sind ein Stück näher an die Spiderspfeifen. Okay. das haben wir da ja das beide spieler spieler Und ich nimm mir deine Organe. Ja, die Kamera noch. Wir gehen da erstmal weiter. Alles wird fotografiert. Ich bin da nicht so. Oh, Doppelbild. Statische Entdeckung 2. Geschütz-Fortschritt. Oh, so langsam. Ja, mit der Kamera, sobald man die hat, geht's ab. Meine Frau Moira geht mir echt auf den Geist. Aber sie ist mein Ein und Alles und sie ist wunderschön. Ich fürchte, Gott will mich dafür bestrafen, dass ich Patrick und sie hierher gebracht habe. Ich dachte, unser Leben sollte dadurch besser werden. Oh je, wie blöd kann man eigentlich sein? Alter, ich häng hier fest. Mois Bildchen. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, drei Stück kann ich machen. Also drei Verbesserungen. Zack. Rosie. Kommt. Die machen wir jetzt voll, oder? Die Rosie. Die machen wir jetzt voll, oder? Grüßchen! Grüßchen! Grüße! So! So! Ob sie das Geld, also ob so eine rosy Einheit das Geld wäre sie zu killen? Ich weiß ja nicht! Oh mein Gott! Das kostet 16 Dollar zu heilen! Oh mein Gott! Sie ist mein kleines Mädchen! Sie hat... Guck mal! Wrench-Lurker! Wo kommt denn das jetzt her? Wenn Sie mit Gegnern kämpfen, die größer oder stärker sind als Sie, müssen Sie jeden Vorteil nutzen, den Sie bekommen können. Mit Wrench-Lurker sind Sie im Vorteil, wenn Sie einen Gegner umbereitet treffen. Nö... Nö... Und die Versuchung, sich und der Ausgangssperre etwas Además zu besorgen ist verständlich... Aber die Ausgangssperre ist unverteilt! OH LOLL Da oben Autohacker Wenn man sie richtig erforscht Komm rein und zeig mir deine Schnappschüsse Rufen sie Big Daddy zu Hilfe Er muss sie nur für eine Little Sister halten Dann kämpft er um sie zu schützen Okay Gut, dann hätten wir hier jetzt alles fertig So Es ist ein Verbrechen sich einer Little Sister zu nähern Nähern sie sich niemals Hier muss ich rein Ach so Stimmt ich muss jetzt zu dem Typen erstmal Anklopfen Anklopfen Vielleicht decke ich sogar den T-T-T-Tisch Mit dem feinen Tafelsilber Bevor du in die Fischfabrik gehst gebe ich dir noch einen Rat Der alte Peach führt mit Sicherheit irgendwas im Schilde Bleib bloß die Augen offen Anklopfen Moment Mit meiner Waffe kommt niemand in meine Bude rein Leg deine Knarre in ihren Ruhrvorstand Lass ich dich rein Wenn das der Preis dafür ist, musst du ihn wohl bezahlen Dafür kann er dir wenigstens deine Platzmiete nicht wegnehmen Äh was Hackerfokus Zwei bei Weniger bei Beim Hacken Wagern Hier möchte ich mehrere freischalten Tatsächlich Okay Es ist ganz schön kalt Uniblig Ich wette als dein Boss aus der Hölle abgehauen ist Hat der zum Teufel gesagt, dass er gleich wieder kommt Und der Teufel hat gesagt Sehr wohl Mister Fontaine Ich halte Ihnen Platz frei Nein Ryan hat versprochen, dass Fontaine ins Gras gebissen hat Und jetzt machst du hier seine Drecksarbeit Ryan ist ein Penner und du Ich sehe halt nichts Oh Gott Oh Gott Hilfe Hilfe 9 30 9 9 10 10 11 12 12 Tat 13 14 13 Ja Shit! Ich hab halt keine Munition mehr! Oh Gott! Oh Gott! Kümmer mal in der Sachen! Kümmer mal hier! So! Na komm! Kümmer mal hier! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Okay! Oh Gott! Na komm! Ich schicke dir solchen! Du bist nicht raus, du kannst nur! Du bist nicht raus, du kannst nur! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Das U-Boot-Dock wurde nur von Schmugglern und Dieben benutzt. Der Eingang ist bestimmt gut versteckt und die Schnüggler nicht mit der Nase drauf zu stochen. Oh Gott! Oh Gott! Ja erstmal kaufen! Eieieiei! Ja! Hör auf! Aus den Boden! Aus den Boden! Mich macht das ganz wahnsinnig! Aus den Boden! Jetzt sind sie! Wir sind wieder wie wir! Oh shit! Der Fucht hat die Frucht deiner Gebärtrommel! Ahhhhhhhh! ... ... Er so erlebt noch! Oh man, Leute Das war ein Kampf So So Kann ich meine Waffen jetzt rein zufällig wiederholen? Nee. Das ist doof. Leute, aber wir werden hier jetzt mal die Folge beenden und wir sehen uns dann in der nächsten wieder. Also, tschüss.